Komm, gib es zu. Du weißt, wirklich Erfolg erreichst du dann, wenn du dich auf etwas konzentrierst und wenn du etwas findest, das du so gerne machst, dass du jede Halbherzigkeit als eine Zeitverschwendung ansiehst. Genau das für dich zu finden, das ist die Aufgabe dieses Seminars Erfolgszene. Nur, wie kommst du da hin? Was passiert an diesem Wochenende? Na, wie immer, wenn du großes planst, schaust du doch erstmal, wo du aktuell stehst. Ganz solide. Auf was baust du auf? Auf welchem Stand bist du aktuell? Welche Situation herrscht, beruflich wie privat? Und welche Menschen begleiten dich? Im zweiten Step wirst du die Ursachen dafür erkennen, warum du heute da bist, wo du bist. Warum du in bestimmten Bereichen irgendwie immer wieder gut vorankommst und doch in anderen Bereichen immer wieder in die gleichen Fettnäpfchen trittst? All das tragen wir gemeinsam zusammen und du wirst sehen, es gibt überraschende, eher sachliche Schlussfolgerungen und deine ganz persönlichen Gefühle dazu. Durch das seit 20 Jahren immer wieder neu erfolgreiche Seminarkonzept werden dir die Dinge und deine Sehnsüchte so klar, dass du dich gerne entscheidest und festlegst auf deine neue, wunderbare Zukunft. Entscheide dich. Du allein hast dein Leben in der Hand. Auf dich kommt es an. Du bist der Schlüssel zu deinem Erfolg und zu deinem Glück. Entscheide dich. Jetzt. Denn los mit deiner Zukunft geht es nun mal jetzt.